Liebe Freundinnen und Freunde der Hochschule Reutlingen und des Hochschulorchesters, unsere Musikerinnen und Musiker haben ein Semester lang unter der Leitung von Stefan Dominikus Werle für das Weihnachtskonzert 2021 sehr engagiert geprobt und geübt und das unter schweren Bedingungen und mit Auflagen. Schweren Herzens haben wir uns dann entschlossen, das Weihnachtskonzert abzusagen und eine verkürzte Version ohne Publikum in der Kreuzkirche hier in Reutlingen aufzunehmen. Und durch die Aufnahme haben Sie die Möglichkeit, das Konzert, wenn auch etwas verspätet, wenn auch nur über den Bildschirm und nicht live, mitzuerleben und dadurch unsere Musikerinnen und Musiker zu unterstützen und auch etwas von diesem schönen Gefühl mitzubekommen. Das Hochschulorchester unter Leitung von Stefan Werle präsentiert Ihnen jetzt das dritte Klavierkonzert von Ludwig van Beethoven und zwar den ersten Satz unter der Begleitung der wunderbaren Konzertpianistin Julia Metzmacher. Ich bedanke mich jetzt schon ganz herzlich bei unseren Musikerinnen und Musikern, die uns so für eine kurze Zeit aus dem Alltagstrott, aus den alltäglichen Einschränkungen entführen und uns etwas Schönes genießen lassen. In der großen Hoffnung auf die Verbesserung der Lage und darauf, dass wir unser Sommerkonzert vielleicht wieder in Präsenz durchführen können, bedanke ich mich jetzt vor allem und wünsche Ihnen ein wunderschönes Weihnachtskonzert. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020